Er muss doch funktionieren, dass wir uns jetzt hier mit dem Benutzer einmal abmelden. Ich dachte, wir könnten vielleicht den Benutzer abmelden und dann noch mal gucken, ob wir in die Army-Akte reinkommen. Aber nicht mit dem Passwert. Wir werden lieber haben. Schade eigentlich. Gut, dann haben wir hier so weit alles. Das heißt, warte mal. Ich weiß, das ist kein Shooter-Game, aber gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir auch noch mal mit Frank uns unterhalten, wäre vielleicht eine Pistole oder sowas nicht ganz schlecht. So, Joyce. Irgendwie wäre es cool, wenn du mal mit dir weggehst. Ich möchte mich mit deiner Tochter unterhalten. Wenn man vom Teufel spricht, kann er nicht weit sein. David, bist du schon wieder gekommen? Ich muss mich nachdenken, nachdem ich die Vandalismus-Aktur geschrieben habe, letzte Nacht. Was ist passiert? Ein bisschen schützartiger Punks hat sich in die Schwimme-Aktur. Das ist was passiert in diese PC-Bullshit-Kolge. Entitlede Studenten, haben sie über die Kampagne genommen. Sie wissen, dass es die Studenten Black-Wale-Aktur war? Wer würde das machen? Und ich werde sie verletzen. Ich glaube, du wärst hier. Ist das deine Rachel Amber Halloween-Kostume? Du kennst mehr über mich als ich. Nein, du und Chloe glaubst du kennst mehr über jemanden. Wie alle Teenagers. Deine Max, David. Stop schrecklich die Studenten. Er schrecklich die Kameras mit Anrufe, so er kann auf alle anderen. Wie er auf alle uns hier spies. Don't start, Chloe. Not jetzt. Ja, ich bin immer immer startet, richtig? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Für David, für Chloe natürlich. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect. to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Matt? Ah! Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh. You're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David. You better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. That's not my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once. Just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. What? Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Well, first of all, you've lost your husband. So, Joyce can't really hurt you. Come, Chloe. We'll die. We'll die, right? Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Wir kommen nicht hoch. Wir können hier unten nichts machen. Aber wisst ihr was? Doch, machen wir. Und zwar nur aus dem Grund. Ich würde gerne wissen. Was passiert, wenn ich jetzt, äh, David in Schutz nehme? Wir machen das wieder rückgängig. Wir nehmen natürlich Chloe in Schutz. Aber... Aber... Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. We'll see if you're getting kicked out of Buffalo. That's not going to happen. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations and Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? So, come on. Listen, we don't know that David did anything and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting or that he keeps all those weird files on your classmates or how you're always going off on how creepy David is. I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. Sorry, Leute. Wir machen das nochmal durch. Denn ganz ehrlich, das Ende, dass er aus dem Haus fliegt, gefällt mir dann doch besser. Das Ende gefällt mir dann doch besser. Ich mag ihn nicht. Das Ende. Nein, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Da. Nice breakfast. David. You're back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shitass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taken over the campus. Wir stehen natürlich zu unserer Freundin. Wir stehen für die Beobachtung. So er kann uns auf alle. Wie er auf uns hier spie. Don't start, Chloe. Not now. Ja, ich bin einfach immer startet, was ich? Du bist völlig paranoid, David. Not now, Chloe. Du hast mich immer ein Verlager für zu kommen, zu Blackwell. So wer ist jetzt, David? Wer hast du nicht oder verhastet oder verhastet? Between deine Invertisungen nach Rachel und Kate, was hast du gemacht, außer zu kommen? Du bist in Trouble. Du bist ein Bully, David. Ich habe dich verhastet Kate Marsh, wenn sie durch die Höhe warst. Du kannst du totalen helfen. Jeder von Blackwell ist ein Suspekt für dich, except für Nathan Prescott. Das ist warum die Studenten und Faculty nicht like dich. Du hast sogar mich verhastet. Ich verstehe deine Service, aber du hast niemanden. Du warst in Chloe's Wohnung. Das ist illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Uh oh. You're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well screw you. David! You better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe. For once. Just please shut up. Nur Joyce tut mir echt leid. Ja, klar. Aber trotzdem tust du mir leid. Nein, mach ich nicht. Kommst du mit, Chloe? Listen. When I went through Davids Laptop, I found pictures of Rachel and Frank. Being... More than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shipples. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have this money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key and... 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 Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. What the hell is this? Ugh, gross. Or nasty kid. I hope she finds a nice tea bone to keep the dog busy. What the hell is this? Locked. Können wir die Autos vielleicht austauschen? Das hier sieht ein bisschen hübscher aus, ja? Als deiner. Oh, noch einer. Oh, noch einer. Oh. Okay, das ist kein Zufall, ne? Oh. Papa. Deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du dieses Mädchen gehalten hast, genau wie ich. Dich an Blackwell zu schicken, war das Beste, was du je von uns verlangt hast. Wir waren so stolz, in den Nachrichten von dir zu lesen und ein Video zu sehen, wie du mit dir das Dach verlässt. Wenn du zum Redex nach Hause kommst und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit offen. Danke, Papa. Es war chaotisch hier. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen? Du willst doch nicht wieder zurück, Max. Äh, da kannst du... Guten Morgen. Wie sind die Fische heute? Nicht fragen. Erst der Schnee, dann der Eklipse. Was ist dann? Der Tornado? Ja? Klimawandel, der ist es. Ja, sorry. Ja, sorry. Huh? Äh. Huh? Ich wünsche mir, dass ich direkt aus der Arcadia Bay fahren kann. Die ganze Stadt ist krummig. Schnee, Eclipse, und ein schluss, der versucht zu verabschieden. Vielleicht solltest du gehen, dann. Was, wenn ich könnte? Und das schifte Rachel-Watzer-Face fragt mich mal, ob ich sie zu Los Angeles fahren kann. Du kennst du Rachel Amber? Kannst du mir über sie erzählen? Nein. Gott, warum hast du eine reale Arbeit, statt der Arbeit? Ich würde dich, Blackwell-Turz, versuchen, meine 1977 Needham 18-Wheeler zu fahren. Wie ich gesagt habe, Interview, über. Das ist gut, okay? Hey, wie geht's es? Wie geht's? Peachy. Interview, über. Actually, ich wollte mich fragen, ob das deine 1977 Needham 18-Wheeler ist. Wie du das kennst? Meine Freundin, Rachel Amber, sagte mir über diese coolen Stadt in der Stadt. Weil ich liebe Bilder von Truckern. Du kennst du Rachel? Sie hat sicher nicht eine Rats-Ass über Trucker oder reale Arbeit. Oh, also musst du dich auch kennenlernen? Nur aus dem Diner. Sie war nur ein Goldbewerb. Sie hat in der Kalifornien mit all diesen, wer weiß was. Guten Riddens. Du kannst mir Bilder von meinem Truck in jedem Moment. Begier. Okay. Dann machen wir das doch mal. Tornadoes, Schneefall, Eclipses. Jetzt sterben Tiere. Holy shit. Auf so einen schönen Hauber hätte ich auch mal Bock, den zu fahren. Aber da kommst du hier in Deutschland so schlecht dran, ne? Oh Gott, das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Ich werde schwer trocken werden. So ominös. Hier sitzt wieder die Obdachlose. Mal gucken, was sie so zu erzählen hat. Der Vogel ist auch gegenüber. Hier können wir nichts machen. Und nichts ist immer nicht so viel. Alle slides können. Wie ist es der Stadt wird. 政 abですね. Wir haben ge literally die intoleran. Wir liegen auf dem Klimawand in diesen removeden. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns jetzt. Wir sehen uns über Чтобыlarıualn.